hallo ihr lieben so ich habe heute steine beim halen mal wieder auf dem schirm für euch ich habe mir steine bestellt also ich habe sie nicht gesammelt ich habe sie wirklich bestellt das sind so ich glaube marmor steine ich habe keine ahnung muss ich mal fairerweise wird dazu sagen die sind die bieten sich wirklich dazu an die sind ordentlich geschnitten die sind rund die haben eine ordentliche oberfläche wo man drauf malen kann und meine stifte kennt ihr ja schon ich mag die tatsache sehr 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 gerne aufgrund dessen einfach weil die auch ganz gut decken sie funktionieren sehr gut sie haben über ihre startschwierigkeiten wenn man sie erst aktivieren muss was aber auch okay ist dadurch trocknen sie wahrscheinlich auch nicht so schnell aus und habe für mich wer mich schon so ein bisschen länger kennt ich hatte letztes jahr zum muttertag schon mal steine bemalt und oder ein stein auf jeden fall und diesen stein habe ich dann zu meiner mama gelegt aufgrund dessen meine mama ist vor mittlerweile bald sieben jahren gestorben und ich habe es dann eben dort als auf das ein richtiges grab hat sie ja nicht aber zumindest auf diese gedenkstelle gelegt und für mich ist es eine schöne art etwas zu machen jetzt zu zeigen ich bin da und für mich eben halt auch das gehört für mich irgendwo dazu blümchen kommen in der regel dazu und genau und das habe ich ihm diesmal auch wieder gemacht und allerdings nicht zum muttertag sondern diesmal habe ich das ganze zum todestag gemacht weil sie ist am ersten märz 2015 2015 dann sind das ja schon acht jahre mensch die zeit vergeht ja am ersten märz 2015 ist sie ja gestorben und genau und dadurch für mich ist es immer ich bin immer da am ersten märz ich gehe da auch immer hin und genau und ich weiß noch nicht vielleicht singe ich auch wieder ich habe auch vor ein paar jahren habe ich auch ein lied gesungen weil es eben auch meine umi betrifft die meine umi ist am 11 märz 2014 verstorben und dadurch bekommen dann die beiden dann eigentlich immer irgendwie was besonderes und das eine ja war es eben ein lied es gibt steinchen meine mama mochte auch elefanten und ich ja auch also das gehört irgendwie zu uns in der familie und ja und dementsprechend habe ich mir diesmal eben auch was überlegt ich hatte so ein bisschen geschaut gehabt als ideengeber dass ich halt so ein bisschen auf pinterest oder auf google nach bildern gesucht habe und auch nach texten und habe dementsprechend dann das ganze wieder für mich genutzt und ja die stifte sind wie gesagt sehr sehr gut das sind so eine akröl stifte wenn ich sie noch finde kann ich so euch gerne verlinken sie bieten sich wirklich gut an und ja die steine selbst finde ich auch sehr gut also auch wenn sie jetzt nicht typisch aussehen wie steine aber eben gerade für so eine sachen wie auch in den garten liegen oder so wenn man da irgendwie was haben möchte ist das glaube ich eine wunderschöne art mit diesen steinen das dort zu verewigen und sie trocknen sehr schnell und ich finde die farben auch komplett ausreichend man muss nicht mehr farben haben ich glaube im gegenteil man kommt auch mit weniger farben aus ich habe sie später dann noch mit so einer art lack überzogen das aber einfach auch für mich als sicherheit wenn ich es dort hin lege dass das halt auch wirklich gut funktioniert ich habe den stein später nicht mehr gesehen dort ich weiß nicht ob der mitgenommen wurde ob er weggepackt wurde oder ich will jetzt nicht sagen dass er geklaut wurde aber ich glaube jeder hat auch schon mal nachrichten gesehen dass mittlerweile sogar gräber geschändet werden und was ich sehr sehr schade finde dass gerade so eine sachen dann wirklich einfach auch mitgenommen werden geklaut werden und ich finde es traurig ich hoffe dass jeder sich darüber bewusst ist was das einfach auch mit den menschen macht die diese sachen dort hingelegt haben und ja und ansonsten ihr seht schon ich habe so eine art puste blume dort gemalt habe das ganze aber eben nicht mit so einem ich weiß gar nicht wie man es nennt das weg was man pustet sondern ich habe herzchen reingemalt habe eben auch drauf geschrieben dass ich sie vermisse und weil das für mich jetzt so diese message letztendlich ist ich vermisse und sie fehlt mir und ich habe sie halt auch sehr sehr lieb und dementsprechend war das jetzt so ein bisschen meine idee wie es gemacht habe ich zeige euch gleich noch das ergebnis ich hoffe ihr könnt das gut erkennen meine schrift ist übrigens nicht die schönste ich wäre noch hatte ich euch glaube ich gezeigt so ein kalligrafie hand lettering kurs machen und ich hoffe dass meine ganze schrift sich dadurch so ein bisschen verbessert und ja ich habe übrigens auch ein foto und natürlich von gemacht ich zeige euch das foto hänge ich euch hinten dran damit ihr das vielleicht noch mal ein bisschen besser sehen könnt und genau während ich dann schon gleich auch den nächsten stein bemale kann ich schon mal sagen wir sind übrigens über 500 abonnenten und ich freue mich riesig weil ich ja für mich auf meinem jetzt noch mal das bord was ich was man immer so zum jahresanfang macht mir fällt das fort gerade nicht ein hat ich ja drauf dass ich gerne 500 abonnenten haben möchte das heißt ich habe im februar schon mein jahres ziel erreicht und ich freue mich sehr drüber und sagt ganz herzlichen dank es kommen und gehen auch immer wieder welche ich hoffe das war nicht mehr unter 500 rutschen aber ich freue mich trotzdem sehr und ich verstehe natürlich auch wenn man mal wieder geht und vielleicht der content nicht so gefällt wie ich mache und weil es ja auch sehr vielfältig ist viele kommen über die shorts wo ich halt eher meine meerschweinchen und meine musik also die musik wo ich hingehe vorstelle währenddessen hier die großen videos dann eben mehr das basteln und eben die großen auftritte sind wo ich halt immer hingehe ich freue mich auch immer drauf und dementsprechend es ist sehr vielfältig und ich freue mich natürlich über jeden der bleibt und aber wie gesagt ist halt also immer just for fun ich freue mich einfach dass ich es hochlade und für mich eben auch damit erinnerungen schaffe und erinnerungen sind sowieso wichtig und dass man da im zweifel wenn man auch mal traurig ist darauf zurückgreifen darf und sich dann die sachen gerne anschaut ja hier habe ich jetzt meinen zweiten stein bemalt ich finde den ersten für mich schöner aber ja ansonsten das soll letztendlich natürlich auch die sonne symbolisieren die liebe aber auch meine traurigkeit und dadurch ist der zweite stein auch schön aber ich mag den anderen lieber das einfach ich bin ja nicht so der große maler also wer mich jetzt wirklich kind der weiß malen ist jetzt auch nicht so meine stärke meine größte und aber ich mag es trotzdem ich freue mich wenn ich da so ein bisschen das ganze mich da immer so ein bisschen ausprobiere und es wird immer erst nach und nach besser das hatte ich jetzt beim keyboard spielen das hatte ich auch beim singen die dinge ändern sich immer mit der zeit das keyboard irgendwann hat es da eben funktioniert dass ich mehr das tempo im blick habe ähnlich ist es beim singen das tempo die lautstärke der stimme ich bin ja eher so der leise mensch ich rede sehr leise und dementsprechend ich muss zum beispiel wenn ich jetzt immer nachfahrt tone muss ich immer ordentlich hochdrehen und ja also dementsprechend die dinge ändern sich immer erst nach und nach und die gehören dann eben auch mit dazu ich habe genau hier den lack ich habe so ein sabberlack nennt sich das ich habe den ja schon in matt und den habe ich auch relativ lange der hält sich auch ganz gut sabberlack nennt sich in dem moment da ist auf den dosen in der regel das schaukelpfer drauf das nennt sich auch spielzeuglack das heißt die kinder können das dann auch in den mund nehmen weil es eben nicht schädlich ist und ähnlich habe ich mir jetzt eben auch in glänzend geholt und das habe ich jetzt dann noch zusätzlich mit drauf gemacht und weil es einfach für mich auch schöner war ich wollte es damit noch mal ein bisschen fester machen also das vielleicht sich doch nichts verschmiert oder ähnliches und dadurch hatte ich mir das dann noch mal gekauft ich hatte auch bei dem gleichen hersteller noch mal geholt auch wenn ich zu anfang nicht ganz so glücklich war als ich mir den ersten lack geholt hatte weil irgendwie das so aussah als ob die dose irgendwie schon mal offen war aber ich konnte meine projekte bisher alle fertig machen was überhaupt nicht das problem ist und deswegen habe ich mich auch dafür dann noch mal entschieden genau also das könnt ihr damit natürlich machen also sie sowieso mit so einem sabberlack so ein spielzeuglack ist das natürlich eine wunderschöne möglichkeit bestimmte dinge so zu versiegeln dass das halt auch nicht wirklich mehr so diese gesundheit schädlich als wenn man jetzt normalen lacke oder ähnliches nimmt und aus dem grund habe ich es einfach immer sehr sehr gerne genutzt und würde ich auch jederzeit wieder machen nutze ich für viele bastere leiden wo ich dann einfach noch mal drüber lackiere und kann mich bisher nicht beschweren ich verabschiede mich schon mal ich zeige euch gleich noch die fotos und dann hoffe ich dass wir uns nächste woche wieder sind und ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und bis bald tschüss so 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 so